Wir sitzen doch wegen einer Relatzer am Kanaklak. Mein Gott, was ich reden, Kanaklak. Ja, moin moin YouTube, ich bin das Wursch. Und der Kira. Ja, heute muss ich meine Strafe vom letzten Spiel gegen Nico machen. Und zwar ein ganzes Game wie Natascha Povlowski reden. So, wer nicht weiß, wer Natascha Povlowski ist, ich spiele auf einem SEM-Server. Und dort habe ich auf Jux mal Natascha Povlowski erfunden. Und das hat sich so eingebunden, dass auf dem RGN-Server, wo wir praktisch sind, ich bin bei der SEM-Media-News-Co-Leader, dort hat sich so eingebunden, dass, wie gesagt, Natascha die Sekretärin ist. Und generell wird jeder immer an Natascha verwiesen. Und ich habe ab und zu mal Natascha im TS bei uns nachgemacht oder gesprochen. Und die beiden wussten, was willst du denn, was willst du denn, was willst du denn, was ist denn das, Pudeln? Da habe ich, ne, Deutsch-Russin und so weiter. Und ihr werdet aber gleich sehen, wenn das Game startet, wer das ist. Ja, hätte ich mir mal eine Fresse gehalten. So eine Scheiße. Ich genieße es noch. Katas hat bei mir 69%. Ich genieße noch die restlichen 31%, wo ich normal reden darf. Ja, das solltest du auch. Weil nach diesem Spiel wirst du noch eine Strafe bekommen. Oder, ne, mach gar nicht eine Strafe, ne? Ja, ne, hier nicht. Das ist das nächste Game. Aber ich habe noch eine Revanche offenbar. Ja, okay, dann werdet ihr nächstes, ne, übernächstes Game noch eine Strafe von deines SEM. Ja, mit Sicherheit. Das wüsste ich aber. Angekündigt jetzt schon. Angekündigt. Oh. Aha. Der Herr der Pilze möchte mir drohen. Ich hasse eigentlich alles. Das war... Nee, das ist kein Drohen. Das ist nur... Ich würde dich ja nur seelisch drauf vorbereiten. Auf diese Schmach, wie du allein bist. So, deine Scheiße. Jetzt geht's los. Also, sie hören jetzt Natascha Powlofsky. Oh mein Gott. Wenn man muss reden so den ganzen Tag, man wird doch bekloppt an der Karotte. Viel Spaß. Ich liebe das so sehr. Ich dachte mir, habe ich bloß heute die Schnauze. Wenn sie mehr davon sehen wollen, schreibt sie in die Kommentare. Sei bitte leise. Herr Kira. Ich glaube nicht, ich halte das so lange durch. Natascha ansprechen oder immer noch normal? Natascha, mein Name. Natascha Powlofsky. Okay, Natascha. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Kann ich mir vorstellen. Die Synchronsprecher in Film müssen doch kriegen eine Relatzer am Kanaklak. Mein Gott, was ich rede. Kanaklak. Ich brauche ein Konzentration. Habe ich schon gesagt, das ist Alistair useless. Ist wirklich useless. Useless? Ja? Useless. Okay. Okay. Oh, der ist Afgat. Oh mein Gott. Der Baum. Der Baum. Los, Spider. Der Horn auf Alistair's Kopf sieht aus wie Ast vom Baum. Der hat es so, ne? Was haben wir gesagt? Ist wirklich irgendwie so. Ist so, ist so, ist so. Bitte nicht verwickel mich in Gespräch. Dennis, was hast du denn heute alles Schlimmes gemacht? Ich habe ihn gespielt, ranket. Und, hast du gewonnen? Natürlich nicht. Mit wem hast du gespielt, als welchem Champion? Mit der gute alte Malz. Aha. Aha. Malz, aha. Ja. Oh mein Gott. Macht es Spass, so zu reden? Natürlich nicht. Oh mein Gott. Das war aber gerade schon knapp. Ich denke auch. Oh, ganz schön viel Damage. Ich mache ein Wort für Surrender-At-Twand-Rick. Äh, äh. Wir spielen jetzt zu Ende. Mit Sicherheit nicht. Ach. Ich muss dir sagen, meine Strafe ist grauenhaft. Ich muss dir sagen, meine Strafe ist grauenhaft. Ich muss dir sagen, meine Strafe ist grauenhaft und fürchterlich. Das ist grauenhaft. Ich meine Strafe ist grauenhaft. Okay. Da freue ich mich natürlich schon drauf. Oh, ich esse ein Gras. Nee, doch nicht. Ich bin Alistar, ich bin ein Stier. Ich habe ihn auf der Wiese gekackt. Okay, oh oh. Wachst du mich? Oh, Panik-Klick. Ich habe nicht schon gesagt, Alistar ist useless. Ja. Frage mich mehr, warum habe ich Shemp, Alistar? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Challenge in diesem Spiel ist sein, wer hat den meisten Tod? Ich führe mit 2 zu 0. Ach, ich habe einen Kill. Echt? Echt. Oh mein Gott. Ich hoffe, das Spiel ist sein vorbei in 20 Minuten. Ich nicht halten das durch, ganze 40. Oder mehr. Wirst du? Oh, ich dich hasse dafür. Am besten, ich fiege den alle, dann ist es schnell vorbei. Wie steht's denn? 4, 8. Ach, das ist gut. Ja, Panik-Klick, Panik-Klick. Panik-Klick auf den Falschen. Hinter mir sind viele mit wenig AP. Der Ritz, der sagt auch schon, Team. So, und ich kaufe den verstärkten Walzar. Ist weiter, dass er nicht tanzt? Ja. So. Downfight will out me. Der Alistar is coming. So, ich muss noch mal kurz Nuckstoß. Okay. 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 Nein, ich gehe nicht da rein. So, eine Scheiße. Bitte, Frinterpilzer, anhieden alle einmal. Für die Alistar. Okay. Or, der Fass. Der Fass? Der Fass. Or, Gras. Or, Panik-Klick, Panik-Klick, schnell helfen. Or, komm her. Or, warum kommen alle weg? Panik-Klick, or, Panik-Klick, or, tot. Haben gesehen, haben alle angehiedet. Bitte machen, schnell tot. Or, ich kaufe jetzt den Glanz. Den Glanz und den Safari-Kristall. Or, Safari-Kristall geben mir 200 Mana. Ist gut. Ist gut für ein Noob. Hauen bitte weg das Ding da. Gucken, ich mache eine Markierung. Warum ist er? Du musst warten, bevor du Signale auslösen kannst. Fick dich selber, System. So. Or, wenn dort helfe, or, ich habe kein S. oder? Das ist meine Zuschauer. Or, guck mal, ich bin sauer. Warum nicht helfen? Ist mir kloppt, oder was? Or, der Tod dauern, schnell. Or, schnell weg. Der Baum hole, nämlich mir. Or, or, ist egal, ich mache den Baum tot. Der Baum mache ich tot. Der Baum mache ich doch nicht tot. Ich komme mir vor wie ein Noob. Ich möchte mich nicht konzentrieren, wenn Sie so reden. Ich wiederhole, ich will dich hassen dafür. So, nächstes ist mir Kaufen, Statikstich. Wieso? Du gehst doch auf AP. Das mag sein, aber Natascha findet die Blitze blinks gut. So, wir pingen einmal die Brallen. Ah, so, du bist tot. Warum hauen, warum nicht helfen? Verkackte Nubes. Ich mich frage, warum nicht jeder huschen rein mit seiner fucking Nubku. fucking Nubku. Okay. So. Or, ich kaufe mir Trank der Heilung. Nermana brauche ich nicht. Verkaufen schnell. Der Ritze ist tot. Ah, ich sehe ein Doppelkill. Meinst du? ist tot. Ah, ich sterbe, laufen, Stiere laufen. Ach, schwule Schlumpf mit Horn. Warum tot? Alle lief se Geim. StVU, ich schreibe ihn jetzt. Ritze. Und Gattery live. Fürstehme, Ali. Natascha hassen Leute, die leben für LOL. Denken sie sind groß, aber nicht mehr haben Ausbildung. Was hat Natascha denn für eine Ausbildung? Natascha ist Bürokaufmännische Angestellte. Okay. Klingt natürlich gut. Das aber auch in Wirklichkeit. Haben gelernt Bürokaufmänn. Ah, ich bin tot. Warum nicht helfen? Weil ich dann auch gestorben wäre. So reine Scheißer ist das. Macht er ein Damage, ey. Ich nicht wissen, was kaufen. Ich nicht machen Damage. Ich nicht machen nix. Ich verkaufe ein Heidrank. Soll ich verkaufen Safari-Kristall? Dann, ich könne mir kaufen den Zauberstab. Nataschas Mann haben auch Zauberstab. Nataschas Mann haben auch Zauberstab. Wir können spucken Deckweiß. Ey, du hast ihn gerade gerettet. Ja, warum nicht sagen Danke, Brettspiel? By the way, I muss sagen, Brettspiel schreibt man mit DT. Nicht mit einem T. Natascha immer sagen. 80% Spieler auf LOL, die schreiben fucking Noob und so weiter. Haben keine Ausbildung mit Schule beendet. Looket hier, da. Ich zeige ein Brettspiel. Man schreibt ein Brettspiel mit DT. Nicht mit DT. Hättest du gemacht Schule fertig, dann wüsstest du, dass man schreibt mit DT. Und nix kommen jetzt mit Tippfehler. I have account creating by I besoffen. Das zählt nicht. Ist das anstrengend so zu reden? Das ist anstrengend pur. Ach, ich bin schon wieder tot. Was machen Reize? Hau unter Attacken rein. Die Pornospieler können Jumping in. Oh mein Gott. Nein. Das ist eine feinigste Strafe, die ich jemals gemacht habe. Feinigste Strafe als Komm mit Arm Sniper Only und Feinigste als Landwirtschaft Simulator. Hast du schon die Strafe von Basti gemacht? Nein, noch nicht. Freust dich schon drauf? Ich werde nicht senken so tief. Machst du die Strafe nicht? Helfen bitte, helfen. Helfen bitte, helfen. Masahir ist auch bekloppt wie Hund. Ich frage mich, warum Masahir nicht machen seine Noobkuh. Du kannst mich mal am Arsch lecken, Masahir. Ich helfe dir nicht mehr. Sehen so wie sterben. Der Nase ist auch am sterben. Der Nase ist auch am sterben. Nehmen wir Gras. Und haben Fokussierung auf Gragas. Ss. Arr. Arr, warum tot? Sehen. So gehen das. Arr, der Pinke laufen wieder. Bin schon wieder tot. Ich mich frage warum. Er ist da useless. Meinst du? Ich meinen. So ne verpackte Scheisser ist das. Boah, ich werde sein wirklich bekloppt nach dem Let's Play Strafe. In drei Minuten nicht machen können zur Render Anfrage. Bitte drücken alle Ja. Ne, ne. Ich bin das für Ende, Dennis. Ich nicht können machen das so lange. Ich werde bekloppt. Bist du doch auch so schon. Ach, ich werde schon wieder tot. Ich muss sagen, der Adolf Hitler hat früher, als er war jung, auch gesprochen vernünftig. Und erst als der Herr Hitler damals so Reden musste, wurde er bekloppt. Und was daraus geworden sein, wir alle wissen. Echt? Echt. Muss ich gar nicht. Aber es ist eh nicht vorbei, Dennis. Natascha zu bleiben. Da. Da ich mich freuen. Go, go, Gegner. Go, go, Gegner. Machen schnell. Aber ein Kill ich noch möchte. Oh, komm her. Komm her. Ein Kill. Na ja, Double buff. Da, komm. Na, nicht da, da. Nehme dich an. Ah. Ein Kill. Ich nicht willkommen. So. Was wollen wir jetzt? Schreiben 2 zu 5. Ap Eren Konakaaaaah. Da, nach месте R carrots. Aufnacht. Aufnacht. Da, nach. Das war's für heute.